Herzlich willkommen bei Bente in Bordesholm. Irgendjemand hat einmal behauptet, das Dach sei die Krone des Hauses. Eine Meinung, zu der wir auch neigen. Ein gutes Dach allerdings kann noch viel mehr als nur schmücken. Es schützt vor allen Wettern, es wärmt bei Kälte, es kühlt bei Hitze, es liefert Energie und es bietet Geborgenheit für alle, die gemeinsam unter ihm leben. Und Asterix Gallier würden sich freuen, weil mit einem guten Dach niemandem der Himmel auf den Kopf fallen kann. In Sachen Bedachung und allen Fragen rund um das Dach sind wir, Dachdeckermeister Andreas Bente und Team, der richtige Ansprechpartner für fachkompetente Beratung. Mit 20 Mitarbeitern bietet unsere Dachdeckerei aus Bordesholm saubere und einwandfreie Arbeit schnell und zuverlässig. Und das aus Tradition. Seit über 60 Jahren steigen wir ihnen aufs Dach. Ob Dachziegeleindeckung, Dachsanierung, Wärmedämmung, Giebel- und Schornsteinbeschieferung, Dachfenstereinbau oder die Installation von Solaranlagen, ob Bauklemmnerei oder Sturmschadenreparatur, die Dachdeckerei Bente aus Bordesholm baut meisterhaft. Mögen ihre Vorstellungen noch so ausgefallen sein, ihr Haus noch so hoch oder ihr Budget noch so klein, gemeinsam finden wir die für sie passende Lösung. Dachdecker Bente. Werte schaffen, Werte erhalten, Werte steigern. Werte allein mit 20 Mitarbeitern hat. Werteoween. Werte volcanoes. Werte